nicht ich bin es ist ich bin nicht ich bin ich bin reingehen so willkommen wieder zu einem neuen Trim von mir Kakao einen Moment ich hole kurz und sieht man ja oh Gott wir spielen heute Burkaden im letzten letzten Stream los gehts wir spielen Burkaden Mahlzeit ich ich dem Kakao No und es hat mich doch immer dran ich nein Schweine die B ich Ich erkläre sie gut. Bäh. 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 Schaukeln. Ich zeige euch, die, die noch neu sind und die Advocaten nicht so gut kennen. Ich erkläre euch jetzt erstmal alles. Hier. Ja. Da ist gerade ein Jaffir. Egal. Hallo. Hier. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall, wenn ihr erst mit euch spielen und dann kommt sowas. Ihr seid so nicht gequält, ihr seid in einem Original. Dann klickt ihr auf diesen Stift an. Dann hier aufs. Hier sind so Haare mäßig. Und hier ist erstmal Haare. Könnt ihr noch immer so. Ja. 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 Ähm. Ich zeige euch mal nach. So Lieblings. Das sind die da. Blond. Die liebe ich auch über alles. Die meisten die da. Die auch. Die liebe ich. Die sind auch so cute. Aber ich mag so Haare gar nicht. Das ist so. Ich. Ich weiß nicht, ob ich sie verstehe. Aber ich mag die nicht. Ich mag die schon aber im Spiel irgendwie nicht. Und so. Ja. Aber mein Ohr. Reichen. Oh mein Gott weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Katja style sein. Ey weil. Hättest du die noch mit Klappi so an. So bunt noch mehr. Dann werde ich denke ich Katja. Das war was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mag die Haare irgendwie schon. Aber auch nicht wegen dem Pony. Ich mag so Pony. Ich hatte selber einen Pony. Aber ich mag es gar nicht im Spiel. Das sieht auch ganz süß aus finde ich. Das würde mir auch gefallen aber ohne die Mütze. So. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Da kommen meine zweit. Meine. Lieblingshaare. Das ist aber glaub Katja style. Wirklich. Katja Haare genau gleich. Fragt mich nicht warum. Aber pink sind auch. Aber ich hätte mit der Klappi nicht so übertrieben. Das hier halt auch noch nicht gesehen. Okay. Dann nehmen wir mal die da. Oder was kommt? Nehmen wir mal die da. Und. Ja. Hier sind immer so viele schöne Haare. Man kann auswählen. Was. Okay. Jetzt sind sie noch die in Adopt Me. Ich will nur überhaupt nicht. Und das ist es. Aber nein. Ich will. Ich muss andere Haare nehmen. Weil ich will Mützen tragen. Banküberfall. Das ist ein Überfall. Gibt's den Money auf die Kasse raus. Das ist ein Überfall. Das ist ein Überfall du. Oh ich kann das aber nicht. Oh mein Gott. Das ist ein Mauer. 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 Aber warum gibt's die nicht im Blond? Ich hasse sowas. Ich bin voll der Blondtyp. Frag mich nicht warum. Was. 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 B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B hallo bleibt doch mal stehen ja ich will ich will die Aber da kommt ein Foto hier. Es ist ein... Nää. 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 Bara fisch, ich bin so ein Bild. Nää. Nää. Soll ich ihn um die Hothel? I'm so fancy. das ist ja nicht süß aus ich weiß ich wollte ja auch für ein outfit aber nichts gesagt nichts gehört nichts gemacht so das ist mein sprichwort nicht die oh mein gott wie hässlich sieht dieser rot bitte aus nichts gegen die wo die dies tragen aber ich mag ihn klar oh mein gott ich liebe das oh mein gott ja oh mein gott ich wusste schon das mussten gibt aber oh mein gott ich liebe masken und ja ich liebe sie einfach und ja alles ihr müsst ja bewerten wie mein outfit aussieht wenn ich so meine hand davor wach kann ich es nicht sehen so eine ekelste wieder mal wieder das ist ja mal ekel ich habe wartet kurz bei der sparen nicht so viele leute und die sind ja die kopfhörer sind kaputt ich muss die andere seite nehmen sorry leider aber ich muss kurz die andere seite nehmen ich dachte es ist immer bei mir so schwer oder ernst ich dachte Ich dachte gerade nur Spaß. Oh mein Gott! Nee, nee, sorry! Sorry! Ah, jetzt fehlt es noch. Huh! Entschuldigung. Nee, das ist so schlecht verarbeitet. Das mag ich nicht. Das ist besser verarbeitet. Ey, Digga, kannst du dich mal dahin wegbelegen? Geh mal weg! Ja, du bist ja noch. Okay, das kommt zum Einbieter. Das ist schon immer, schon immer. Oh, das ist doch immer! Ist das schon immer? Das ist schon immer. Ich kann es auch machen drüber. Ich kann es auch machen drüber. Ich kann es auch machen. Ich kann es auch gehen. Ich kann es auch gehen. Ich kann die jetzt erstmal. Obdalla. Manchmal kann man die nicht. Ich kann es drüber fallen. Das ist jetzt nicht. Ich kann es auch machen. Ich kann es auch machen. Ich kann es auch machen. Ist das vielleicht? Nein. Oh, ich bin in die Klassenkamera. Hey. Ich will nicht machen. Ich will nicht machen. Ich will nicht machen. Hey, Kevin. Sollen wir spielen? Hey. Okay. Okay. Die sind Klassenkamera von mir. Und der ist so lieb glücklich. Äh. Excuse me. Ich muss noch in der Benz ansteigen. Danke. Ich will nicht sagen. Ich will nicht sagen. Aber wenn ihr im Auto sitzt. Könnt ihr leider sein. Ich will nicht sagen. Ich weiß die Lara. Wenn ihr mich suchen wollt. Mit grünen Namen. Oder war das? Nee, Lila-Namen, weiß ich. Die Lera mit Lila-Namen, um mein Autos durchmusikiert zu lassen, während dem Live, oder ich könnte es auch ändern, um euch dann... Das ist seine Musik, nicht meine. Okay, okay, jetzt macht ihr mir Angst. Okay, wer ist Max eigentlich? Oh mein Gott, das wollte ich eigentlich jetzt in den Haus bauen. Weil er hat ja Rohwachs, wie ich eigentlich. Aber er hat so ein cooles Haus und ja... Nee, er hat das doch. Doch, das ist Neue! Oh mein Gott! Ich liebe es! Okay... 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 Ey, dieser Kopf... Mama! Meine Kopfe! Wieso Geräusche? Wer ist Max? Wer ist Max? Wer ist Max? Der Junge, das ich an wollte... Scheiße! Achso! Achso! Ich bin Ich bin ... ... ... ... ... ... Ist, der haut sich schon mal, echt mal, bin gleich Tag, Tag, hey, hier ist das nicht mehr. Okay, bis gleich, ich bin ein kleiner Spion auf heißer Mission. Ich bin ein kleiner Spion, ich bin ein kleiner Spion, ich bin ein kleiner Spion. Ich bin ein kleiner Spion, ich bin ein kleiner Spion. Ich bin ein kleiner Spion, ich bin ein kleiner Spion, ich bin ein kleiner Spion. Ich bin ein kleiner Spion, ich bin ein kleiner Spion. Ich bin ein kleiner Spion, ich bin ein kleiner Spion, ich bin ein kleiner Spion. Ich bin ein kleiner Spion, ich bin ein kleiner Spion, ich bin ein kleiner Spion. So runter, so runter von da, so runter. Geht egal. Ja, was ist das? Es liegt nicht an der Marbe, es liegt an diesem blöden... Ich kann nicht mehr raus! 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 Ja, ich kann nicht mehr raus! Ich muss gar nicht mehr raus! Vielen Dank. Ja, das muss jetzt flüssig laufen, weil ich gehe. Ja, ich meine nicht dich, ich meine niemand anderen. Ach so. Ja, das ist gut, Maria. Ja. 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 Das wird er noch überrollen, jetzt lösche ich sein Feuer. Oh mein Gott, ich dachte gerade. Ich dachte, wir können hier ein Kind operieren. Ich dachte, wir können hier ein Kind operieren. So, ich weiß, ich kann hier ein Kind operieren. Heißt, Lea, kann ich jetzt versuchen. Wie süß! Heißt, Lea, kann ich jetzt sein? Oh, Lea. Heißt, Lea, was machst du? Heißt, Lea, was machst du? Okay. 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 Bye. Hey, babe. Okay. 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 Oh, bla bla. Oh, bla bla. Oh, bla bla. Moment, wir werden jetzt gleich mein Outfit brauchen. Ich kann so nicht als kleines Kind rüber. Digga, kannst du mal aus meiner Fresse gehen, da bitte? Kannst du mal weggehen, habe ich gefragt. Konntest du weggehen? Das wird jetzt einen kompletten Knall. Mädchen. Äh. Kind. Digga, kannst du mal aus meiner Fresse? Kannst du mal weggehen? Ja. Ich bin auf der Tisch gerade. Nichts wie mir. Ich bin die kleinste. Ha, ha. Ich darf ins Baby weg. Ja, wie höre ich mein Zimmer. Achmed lacht net. Achmed lacht net. Ja. Daaaat, my bed. Mal spaßig wie jetzt auch aufstehen. Ich habe auf jeden Fall ein Brötchen und eine Milch. Das ist eine Milch. Ich dachte auch am Anfang was anderes, aber ja. Hey. 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 Mach die Tür auf, Herr Darmt! Digga, die kleine... Was für eine wirklich so dumme... Schau, so dumm... Ich zeige euch jetzt mehr, ich werde euch am Anfang was zeigen, aber... Ja, ich brauche nichts dazu. Ich brauche auf jeden Fall meine Kreditkarte, weil was ich heute mache, ist nicht gut. Ich brauche mal. Aber ich möchte euch das Erste nicht wissen, wenn ich wusste, was mein Klassenkar, ein Freund von mir gesagt hat. Ihr müsst auf jeden Fall hier... Ah, hier steht für die Party. Um 9 Uhr tausend ist es bis 2 Minuten. Ich weiß nicht... Hier... Und hier... Wenn ihr in der richtigen Zeit da seid, dann... Ist hier eine riesige geile Party. Ich gucke jetzt ab und zu mal, ob da die Party kommt oder nicht. Und dann kann ich es euch mal zeigen. Hier ist auf jeden Fall links, da könnt ihr Farben ändern. Hier Haare waschen, registrieren, alle... Spum und brennen. Dann... Hier ist dann der Laden. Das ist eigentlich voll... Übermensch... 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 Desch... 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 Da... Einfach sagen, und zu einkaufen und drum und dran. Kassierin, du kannst auch mal ein Eisgrün. Mein Favorit kommt am Schluss. Beginnst erstmal mit meinen schönen Battles. Ähm... In einer Spielhalle. Das gleiche nehmen... Erstmal... Ich hole mir jetzt Ice Cream. Das ist Eis... Ice Cream, so. Und ja, du kannst es auch spielen, zum Beispiel. Ja, jetzt nehme ich mal zum Beispiel den Job. So, und für die eine Para Para. Registrieren. Geht so. Ich will am Anfang jetzt... Wir spielen in der Kerstorie und ja... Ich heiße Lea. Ich glaube, es bleibt Lea und ich lange habe jetzt das Spielkontakt. Oh Gott! Als Lea... Den ersten Job fand. Oh Gott, jetzt... Guten Tag! Guten Tag! Ich möchte gerne Blut, Bubblegum und einmal Vanille in der Waffel. Kein Problem. Kommt sofort. Er mischt sich mehr. Hier und einmal Vanille. Passt das? Ja, dankeschön. Schönte Arbeit. Ich müsste ja noch bezahlen. Meine eigene Tasche. Ja, jetzt bezahle ich und ich will jetzt keinen Job mehr. Ich... Ihr müsst ja raten, welcher Job ich bin. Ratet mal. Ich zeige euch jetzt mal alle Jobs. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Was seht ihr denn? Oder? YouTuber! Ich kenne mich alle doch. Ach, ich bin YouTuber! Das hat ihr. Jetzt, ich muss jetzt... Oh Gott! Ich muss jetzt wieder in die Bank Geld abheben. Gott, kein Bock! Leute, wenn ihr eins kauft. Ich will das weg haben. Ja. Jetzt gehen wir erstmal... Ja, ich bin ja YouTuber und ich muss neue Sachen gewinnen. Ah, ich zeige euch jetzt noch mal was. Ähm, ähm, was ist das bitte? Also, es ist der Happy Birthday, wo wir mal ganz gerne liegen. Okay, ich finde das da geil, weil, Leute, guck mal. Wie geil ist das bitte? Das hat, ey, Roblox so geil gemacht. Und, ja. Wenn ihr mehr wissen wollt, kommt mal den, dann sagt einfach in den Chat. Wenn ihr auch was bestimmtes sehen wollt oder sagt, so, ja, kannst du mal das und das zeigen? Ob es das und das gibt und so? Und dann zeige ich es euch, wenn es gibt. Und wenn es nicht, dann nicht. Aber... Okay. Und hier ist dann auf jeden Fall ein kleiner Spawn. Das ist der Spawnplatz. Das ist hier Spawnchen. Hinter euch folgt eine coole Schaukel. Und wir können hier eine Bank. Ihr könnt alles benutzen. Pool und so. Ja. Ich zeige euch das mal in aller anders. So richtig. Das ist hier. Der Kindergarten ist da so warm. Die sind so ein Lauf in den Kindergarten. Der ist der Kindergarten, meine ich. Okay, jetzt. Er hat's offen. Er hat offen. Er hat offen. Das sehe ich immer. Seht ihr das? Leute, nein. Er geht auf. Er geht gerade ganz auf. Leute. Er hat einfach offen. So sieht der Club aus. Da bin ich fertig. Der überfließt. Dann gibt es einen Schildschirm. Er hat ein Schildschirm. Warte auf. Er hat einen Schildschirm. Und wenn Sie noch einen Schildschirm schicken. So sieht der Club aus und der hat, wenn da oben steht die Burg, der war offen, kann ich so schnell dahin. Und das hier war's und der geht eigentlich so schnell. So sieht der Club aus. 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 Da und sag ich, da geht ihr zu. Salaam Alikum. Ja, die ist zu spät. Gliess, sie fängt. Ja, leher. Salaam Ja, die ist zu spät. Hey. Ich bin auch gleich ein Doppi, wenn er wohl. Okay, ich jetzt muss ich schau mal, muss auf, weil ich verstehe meistens, ne? Auf muss auf bei kann ich nicht werde. Wie heißt sie? Sorry, irgendwas, gell? Ich ich geh mal in den Lüter bitte zurück. Lass mich mal in den Lüter schauen. Ich 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 wir Warte mal kurz. Das heißt, es hat doch so zuiert bis jetzt. Ja, da kommt Luft raus. Du musst ein bisschen warten. Du bewegst dich, der überlastet, deswegen. Ja, aber an der Seite, wo die Luft rauskommt, ist es so warm. Ja, das ist ja normal. Aber die anderen müssen kühlen. Wenn das dann richtig kühlt, dann machen wir das Wege. Ja, das Ding läuft. Okay, dann warte, ich drück langsam voran. Ich hab jetzt gesagt, ja, kann ich mal kurz in den Chat schreiben für den Jungen. Sag, ich hab ein Foto gemacht von deinem User und ich schicke dir nachher eine Anfrage. Dass er jetzt nicht denkt, ich will jetzt nicht mit ihm spielen oder so. Ich kann ja gerade nicht. Dann willst du das auch nicht da und gucken. Das ist ja normal. Er geht weg und dann läuft es. Das Problem ist, du darfst nicht vorher so rein mit Jungen spielen. Ich hab vorhin nichts abgerollt. Ich hab den Dings angemacht und mehr nicht. Ich hab dann hier gehockt, hab noch an meinem Handy bei ein Spiel gespielt. Und dann alles ist so... Ich hab den auch zufällig, den Schild herzustecken. Und dann guck, ob das ist, dass der kann. Und ich hab den geklickt. Schild das noch mal zu brechen. Ich hab ganze Zeit... Soll ich den in die Appel nicht hin? Oder warst den schon so hart drin? Ich hab den schon so geklickt. Das ist alles scheiße. Nur noch einen Zuschauer hast. Was für die Zuschauer hat, Jada? Jetzt? Ja, das bist du bestimmt. Oder Andi? Na ja, ich. Warte mal, ich guck jetzt. Bewege mal deine Hand. Ja, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Okay, jetzt enden, tschüss. So. Hören die mich auch? Ja. Giraffe? Okay, dann tschau. Aber dann tschau. Giraffe? Tschau. Neu Typ von heute, sorry. Es gab... Ich weiß, ich hab das jetzt nicht geklickt. Ich weiß, ich hab das nicht geklickt. Das ist ja Schön. Aber doch will ich nicht després dicen. Mein Scheiß-Handy! Hast du euch dafür? Oh, das könnt ihr nicht sehen. Ich kann leider keine Anfrage schicken an den Shark4. Kannst du mir vielleicht eine Anfrage schicken? Ich habe es gerade eigentlich schon nicht erklärt, aber ich erkläre es nochmal, weil ich es einfach nicht kann, weil ich es auf dem Laptop nicht weiß. Ich gucke mir nachher YouTube-Videos an, wie das geht und so. Und dann kann ich dich auf jeden Fall adden. Und ja, ich habe auf jeden Fall den Namen fotografiert. Das heißt, ich weiß deinen Namen, dass ich dich adden kann. Ja. Dass du einfach mal Bescheid weißt. Und ja, ich hoffe, ihr seht mich jetzt richtig. Und ich hoffe, du, der Junge oder ob du ein Mädchen weiß, ich weiß nicht, ob du noch drin bist, dass du das hörst. Aber wenn du noch drin bist, dann add mich gerne oder ich add dich nachher. Ja, das ist hier. So heißt ich. So heißt ich. Dilara-Enderschuss. Wenn du mich hörst und du noch da bist, ich hoffe es, dann hier. Wenn du noch drin machen kannst. Seht ihr wie geil? Vielleicht muss ich ein Screen schauen. Okay, ich geh da mal hin, aber mein Auge tut so mir. Äh, 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 äh. Oh, Maga, Bonny, oh mein Gott, wie süß. Ein kleines Haus, egal, ich muss hier mal alles kopieren, lecker. Hier eine kleine Treppe, auf jeden Fall, ich mach das nach. Dann, auf jeden Fall ist mein Handy offen, das sieht ein kleines Screenshot mal gewesen aus. Oh, so, ich bleib. Scheiße, ich hab den Wechsel. So, ich mach mir jetzt kurz ein Foto, wie das jetzt aussieht. Mein, dein Kette auch. Und ja, okay, sorry, okay, so jetzt. Ja, halt, ich will dich nicht kennenzulernen, aber egal. Äh, sorry, aber, was ist denn das? Wo schläfst du? Dublikst doch noch im Bett! Im Bett! Mein Angere, oh mein Angere, oh mein Angere, oh mein Angere, oh mein Gadd, Oh myGadd, oh myGadd, oh myGadd, oh myGadd! und los geht's ja klar mache ich das nicht hier so in einem einzelnen und los geht's ich würde gerne den effekt machen das war dann und dann und dann auf die auf die das ist echt gut ja vor ich war ich mache jetzt einfach mal von der aus und dann einfach auf die jetzt erst mal den boden 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 ich mache so pastellen das heißt boden muss weiß und den hintergrund möchte ich gerne so haben vielleicht ja so ein süßes dann war jetzt auf jeden fall erst mal wenn man noch bilder hat es ist so ich muss noch mal durch ich hoffe der ist noch da dass ich rein kann und leute mich hat einfach niemand mit meinem geld gescannt das heißt sie hat gesagt so free pets geben 50 euro und so und als gesagt sie hat sie so getan ja ich habe es nicht gesehen kann es noch mal schicken aber wenn es jetzt die ich schwöre es dir ratatata die herrn workshops genommen free pets das geile ist wenn free pets dann freue ich mich weil ich habe nicht so die 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 Ich bin mir so nett. Ich bin mir so nett. Ich bin mir so nett. Und du hast gesagt, und du hast, und Bussier, 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 Bussier. Video von Two Steps? Welches Outfit findet ihr von Iris oder Main? bekommen ich ja 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 ich glaube was ich noch nicht können so sorry ich habe Okay. 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 8 9 9 10 10 10 12 12 12 13 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 Und das Geile ist daran, wenn, ich habe nicht so viel Lippen, aber wenn ihr die Club, die Lara in eurem Namen habt und ich teleportiere mich dann auch zu euch, dann kriegt ihr entweder ein Lunar Ox oder ein Triceratrops. Ich guck mal, was ich gebe. Und ja, wenn ihr den Namen habt, dann kriegt ihr ein kostenloses Pet. Und ja, jetzt gebe ich nach Hausmehrer zu meinem Nachbarn. Nachbarn. So, Leute, wenn ihr mir beschreibt, was ist, ist das in der Küche? Ich muss jetzt ein Foto machen, weil das regt mich so auf, dass ich jetzt... Gewerft. Gewerft. So, Dankeschön. Ich will es jetzt aber erstmal abgeschließen haben. Und wir gehen jetzt jetzt mal rein. Ja, klar, desto mehr Geld ich habe, desto schöner wird auf jeden Fall das Haus. Aber, Leute, ihr müsst jetzt gerade checken, ich habe jetzt gerade nicht so viele Bugs. Das heißt, ich kann mir gerade nicht so viel leisten. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen sparsam sein mit meinem Geld. Das heißt, ich kann jetzt... Ich könnte jetzt eine riesen, krass, geile Sache machen hier. Aber ich habe jetzt gerade echt gar kein Geld. Ach, das ist normal. Du sollst Handy nehmen! Ja, 5 Millionen ist gerade geil. No, Ad, Gila, XXXXX. Da ist mein Zimmer. So, wir machen jetzt. Das ist jetzt mal... Ah, da oben rein. Ja, ja. Dann erstmal mache ich jetzt erstmal Feierbögen, wie ihr... Feiert. Und ihr braucht dann so, als... Das mache ich jetzt weiß, weil ich mache jetzt anschließend so weiß, Leder. Und das Geile ist ja, weil wir es ja... Ja, genau so, oder? Ein bisschen höher, weil ich kann ja ein bisschen höher machen. Und die Einzige. Und ich bräuchte jetzt von denen. Oh, wie viele? Eigentlich nur drei. Ich bräuchte jetzt eigentlich nur drei. Deswegen, weil ich nicht gucken... Einer und die Einzige... ... ... ... ... ... Pastelllila, eines Pastelllila, wie süß ist das bitte schulst. Und wir wollen, vielleicht noch warten wir auf Küche. Und wir wollen, dass wir das alles machen. Heißgrößt. Jetzt kann ich ein bisschen mehr von denen. und jetzt habe ich alles falsch gemacht weil ich muss das ein bisschen mehr machen jetzt habe ich zu meinem ich kann es nicht so gut so, es ist es damals ich kann es nicht so gut ich kann es nicht so gut aber auch nicht so gut so gut So, dann, so, dann muss ich nach dieser Schrankung. So, ich will den Schrank mal, aber ich glaub mich nicht. So, ich will den Schrank machen, einen anderen Stil. So, dann, so, dann, so, dann, so, dann, so. ich habe jetzt mal erstmal brauche ich schläft mal ich denke jetzt ist echt gut braucht betten ich werde zwei jetzt nehmen wir mal zwei von D zum Beispiel nehmen wir mal jetzt in einer gewünschten Farbe wir machen jetzt erstmal weiß eins ich nehme weiß und das andere müsste nicht aber ich mache es gerne jetzt erstmal so aneinander dann müsste zu Tisch gehen die denkt sich jetzt what the heck is going on your head block denn ähm ja das denkt die Part über mich glaube ich was will die jetzt mit einem Tisch einem Tisch ihr habt richtig gehört Tisch frag mich richtig wo sind diese blöden Tische diese mit einer Decke da wo sind die hier ne ne wo gibt die überhaupt ein Tisch ne oh du wißt ne 3 95 ne pizza ich glaube hier ne 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 das ist zu klein ja ich weiß das bitte auch so das kann ich nicht bringen du das kann ich nicht so jetzt machen wir noch schulen dekorierungen das heißt feier und ich liebe diese stellen gerade zurzeit voll über dem bett und das mache ich jetzt einfach wieder dann brauchen wir auf jeden fall jetzt möchte ich gerne nicht haben wir das aufpacken wir gehen jetzt weil wir nicht zu viel ich glaube ich habe ja schon ein bett das wollte ich jetzt gerade noch zeigen wie das aussieht das mir verkauft ist wieder und zeige euch ein wo das ich will wieder wachs wo wachs wo wachs wo wachs wo wachs dann gehen wir hier oben lass mal drüben luke mehr ich sage was ich weiß alles hier drin im haus alles habe ich wirklich alles hinterlädt das ist die man sich kein geld und ich auch Eine Sache. Das Bett. Und das wird ich über den Taten. So gibt's ein! Mach ja! Wie viel Geld hätte ich denn eigentlich noch? 116, wie ich gewittet habe. Das nächste Update. Ich finde es irgendwie blöd, dass die keine Betten haben. Und nur zu teure Sachen! Echt? Let's go! Let's go! Let's go! Okay, let's go! Egal, hier... Brauche ich hier auf jeden Fall Pizzaschen hin. Das heißt... Aber ich bring... Ne, ich bring doch mein Bett hier hin. Das ist mein Gütes Bett. Und ja, jetzt los geht's. Ich hole jetzt die Verkaufgurz alles und dann... Hier Leute, guck, ich mach jetzt hier so ein geiles Zimmer raus. Und ja, los geht's. Ich tue jetzt das jetzt mal verkaufen. Das ist mir nie aufgefallen, dass es 5 Euro alles noch kostet. Das ist eh voll im Preis. Das kommt, wo wir mich verkaufen. Nein, nein! Ich dachte gerade, ich würde das verkaufen, oder? Gar kein Bock! Und das nehmen wir jetzt mal mit! So! Ach, komm! Wir müssen hier lang! Oder ne? Der ist genau in die Richtung, wo wir das Zimmer hatten. Kommen! Hier! Da rein mit dir! Und ja! Wir machen das hier dann klein in einer anderen Farbe. Ich weiß nicht, welche Farbe am besten passt die da, glaube ich. Oh mein Gott! Wie geil ist das mit dem Gold-Blau-Blau-Blau-Blau-Blau. Und ja, deswegen muss ich das jetzt ändern, weil es nicht so bringen kann. Deswegen, ja. So, jetzt mal anders vom Drehen erst malen. So. Und dann mache ich jetzt einfach Teppich. Aber ich weiß noch nicht welchen. Babysachen bräuchte keine. Außer ich würde dann Brüder im Zimmer, aber möchte ich das machen. Ähm, ja. Ähm, Schlafzimmer, Teppich. Ich就會 mit Trüffin ins Bett raus. Gott! Auf jeden Fall fingers möchte ich da so ein einzigames. Mit Trüffrin bringen. aus. Hier gibt es ja nicht mehr ein Bett, aber, ha? Schloss, ich muss ja einfach hier so ein Teil mitnehmen und das ist ja hier. Oh, guck mal, wie geil das bitte für mich, wenn es so will, guck mal. Nein, oh mein Gott, Dilara, du hast gerade so eine geile Idee bei jedem Schlafzimmer, wenn ich Geld habe. Oh, na, ey, das ist so enttäuschend. Du denkst dir so, wirklich, das ist so rund und dann kannst du das so schön in diesem, guck mal, so habe ich es mir gedacht, wenn es rund wäre, so ganz schön und dann kommt diese Enttäuschung. Egal, was ist das für eine Enttäuschung? In der Klammer ist es hier draußen, ich weiß es hier in einem Durchmacht. Guck mal, wie es so aussieht, wenn es mir nicht gefällt, in der Klammer muss ich die Wand fahren und ich fahre, nein, genau, und ich guck mal, nein, ich will es, ich mache es in ein anderes Thema. Ein anderes Mal, mache ich es mal hier, oh, der ist, ich bin jetzt nicht, gehe ich noch mal. Und hier kommt dann das Pet-Sachen, das ist ein Pet-Ware, hier in Weiß, auf jeden Fall, dann auf jeden Fall die Pet-Sachen, das ist das Pet-Bet, wo ich jetzt mal. Nee, ich soll nicht. Das war hier, glaub ich, ja, das war hier, ja. Hier die Pet-Sachen nehme ich jetzt alle mit, du, hier, oder? Und hier ein kleines Trinken. Ja, ich, weil, ihr habt einfach Essen und Trinken, das hatte ich mal nie bei einem im Haus, was ich jetzt bis jetzt gekauft habe, auf eine Fächerprache, so viel heute gekauft habe, ich weiß nicht warum. Und ja, das war noch nie der Fall, dass die einfach hier eiskalt einfach durch Essen und Trinken, das sind einfach die Ehrenmänner von oben. Manche, aber das ist jetzt jetzt so mehr, ja, genau. So, hier, dann mit dem Pet-Sachen, das ist, ich mag eigentlich die anderen Betten, das ist das kleine Betten, aber das spreche ich jetzt noch mal drauf und bis dahin tue ich jetzt einmal hier. Dann meine ich noch eins, Kinn, das kann man auf, als Kinn, das kann man auf, als Kinn, dann kommt das Schatten, das Bunt und das Kinn. Sehr, Hört! So, das ist so schön! Ich fand es so hart, das ist so schön. Oh mein Gott, wie süß! Licht, ich empfehle euch so ein Licht. Hatte ich früher in meinen Häusern auch. Ey Leute, die sind einfach nur Baba. Die nehmen euch gar keinen Platz weg. Nur wenn ihr so ein kleines Licht wollt, das ist mehr für ein Bett oder sogar. Ich meine, hier so rüber. Und das mache ich jetzt auch. So. 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 Da ist der Fotoland. Was macht ihr jetzt? Hä? Ich dachte, man kann da die Farben ändern. Hey, Dikker. Ey, schade. Ich habe jetzt ein Licht. Und jetzt auf jeden Fall noch ein Licht. Ich habe jetzt einfach die Sachen, die ich gerade brauche und die ich nicht brauche, dann brauche ich es bei denen. Das hier brauche ich auf jeden Fall auch zwei. Und jetzt, das macht aber nichts. Sorry, ich habe mich falsch getippt. Und hier habe ich etwas mehr im Richtigen. Was ist das? Was ist das? Das war's. Und dann... Boom, 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 boom. Das war jetzt einfach mal. Jetzt mal etwas mit der Ecke hier durch. Das ist einfach aus. Und die Ecke nachher. ich bin das ich mag das jetzt hier so gerade gar nicht das ist ja so das ist dann ein bisschen cooler finde ich und dann mache ich jetzt auch eine auto mache ich die leise ich hab ich mag es nicht um so ansehen um ein gottes ist ich nicht so hin ich schwöre ich mach nachher insta bilder ich finde mit den nebelmaschinen richtig geil und jetzt gucken wir mal wie sie an groß Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, jetzt ist es schon so... Oh, bin ich müde. Jetzt erst mal schlafen gehen. Oh, jetzt ist es schon... Oh, jetzt ist es schon... Ah, eine Tür baue ich noch kurz, bitte. Oh, jetzt ist es schon... Oh, jetzt ist es schon... Oh, jetzt ist es... 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 Ich weiß... Oh, ich habe eine Idee. Das ist ja ein Junge. Wenn ich Mädchen habe, dann kann ich ja Mädchen mehr. Aber... Ich muss es jetzt echt kurz ändern, weil es geht nicht mehr so raus. Oh, jetzt ist es... Oh, jetzt ist es mal duschen gehen. Oh, jetzt ist es... 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 Und jetzt ist es... Oh, jetzt ist es... Und jetzt ist... Oh, oh... Jetzt... Ich lege das an... Oh, nee... Das mag ich nicht... Das ist von meinem Papa, aber wenn man das zu Tüchen geguckt hat... Das ist von meinem Papa... Das... Das ziehe ich heute an... Hier kommst du... Wir müssen nicht so rausgehen, wo du wieder drin sprichst.